Hallo, hier ist Dina mit dem Video Digest, in dem wir von den wichtigsten Ereignissen in der Geschichte des Swing-Transports und der Skyworld-Community der letzten Wochen erzählen. In dieser Episode. Yuskai Transport unterstützt die Initiativen der Regierung TVAE. Für Jan System aus Rio de Janeiro zu Besuch bei Yuskai Transport. Unitsky String Technologies hat die Glaubwürdigkeit der Testergebnisse bestätigt. Lasst uns keine Zeit verschwenden, wir kommen sofort auf das erste Ereignis. Sergei Tarasov, CEO von Yuskai Transport, nahm an der Veranstaltung teil, die vom Wirtschaftsministerium der Vereinigten Arabischen Emirate in Zusammenarbeit mit der Weltorganisation für geistiges Eigentum auf Einladung des Sharjah Research Technology and Innovation Park organisiert wurde. Die Veranstaltung war dem Start des Projekts Unlocking the Potential of Using Intangible Assets Rich in Intellectual Property, a Pathway to Securing Financing Project, in den Vereinigten Arabischen Emiraten gewidmet, das den innovativen Unternehmen in den VAE Finanzierungsmöglichkeiten bietet. Im Rahmen dieses Projekts kann die Finanzierung gegen Verpfändung des geistigen Eigentums zur Verfügung gestellt werden. Vertreter von Firjan System besuchten das Yuskai Prüf- und Zertifizierungszentrum. Firjan System ist ein Netzwerk von privaten Non-Profit-Organisationen, das die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen, die Ausbildung und die Lebensqualität von Beschäftigten und der gesamten Gesellschaft im Bundesstaat Rio de Janeiro fördert. Die Delegierten zeigten sich beeindruckt von dem enormen Potenzial von Yuskai Transport und dankten unserem Team für die faszinierende Führung durch das Yuskai Zentrum. Sie drückten auch ihre Hoffnung auf die weitere Zusammenarbeit und den Austausch von professionellen Erfahrungen aus. Das belarussische staatliche Akkreditierungszentrum hat die regelmäßige Kompetenzbewertung von Yuskai String Technologies durchgeführt. Die Begutachtung fand im EcoTechnopark und im Produktionskomplex SV Plan statt. Um die Prüfung zu bestehen, führten die Spezialisten von Yuskai String Technologies einige Kontrolltests an Produktmustern von UST durch. Das waren die wichtigsten Neuigkeiten für heute. Vergesst bitte nicht dieser Episode ein Gefällt mir zu geben und einen Kommentar zu hinterlassen. Alles Gute und bis bald! Die Begutachtung Die Begutachtung Die Begutachtung Die Begutachtung Die Begutachtung Die Begutachtung